Freie Wahl. Wohin geht die Zeitreise? 1967. Warum 1967? Weil da mein Lieblingsverein Deutscher Meister geworden ist. Eintracht Braunschweig. Dein größter Traum? Ein großer Traum vielleicht. Mein größter weiß ich nicht. Ein großer Traum? Vielleicht mal mit dem Banjo Heavy Metal auf einer großen Bühne spielen vor 40.000 Leuten. Das wäre cool. Wann kündigst du Freundschaft? Ich bin glaube ich nicht sehr nachtragend, nicht sehr lange böse. Was treibt dich an? Tja, die Liebe zur Musik. Die Tatsache, dass ich das am besten kann von allen Dingen, die ich so ausprobiert habe. Und ja, Spaß an der Sache. Wie möchtest du der Menschheit in Erinnerung bleiben? Also, als einen netten Menschen und auf keinen Fall als einen Arsch. Tja, mit der Wind bedankt hat und dann geht es Good ford! Grazie. Tja, mit dem her. Ja, mit der Wind. Untertitelung des ZDF, 2020